Und es gibt andere Sachen, Bruder. Augen zu und weiter. Nicht über jede Sache achtest du, Bruder. Guck mal, eine Frau hat mehr Salz im Essen zum Beispiel. Was sagen wir? Warum und warum und was allem? Nein, Bruder. Nein. MashaAllah, schmeckt sehr gut. So wie das erste Tag von unserer Hochzeit. Du hast das verbockt, den ersten Tag, den gleichen heute. Aber schmeckt gut. Auf gute Art und Weise, Bruder. Du musst schlau sein. Du musst schlau sein. Sonst hast du keine Chance. Tayyip, wir haben gestritten. Ah, mein Bruder. Ah, wann du streit mit deiner Frau. Wir haben gestritten. Wie soll ich Heile machen? Was macht die Frau? Vorsicht, nie in deinem Leben. Nie in deinem Leben, mein Bruder. Dass du die Frau verletzt mit Wörtern. Wallahi, das ist ganz ehrlich. Das ist nicht gut. Verletze die Frau nicht. Egal, was du von Wörtern gesagt hast, sind gespeichert, Bruder. Sind gespeichert. Bei jedem Streit kommt alles raus. Bei jedem Streit kommt alles raus. Das beste Methode, Bruder. Das beste Methode. Bei Allah, du hast recht. Du hast recht. Astagfirullah, hua tu boulay. Du hast recht. Dann kommt sie runter. Mach Spaß zu Hause, Bruder. Mach Spaß. Wohl. Faus. Buh. Buh. Kommt mit dir bei mir